Oder ist das kein Lagerfeuer? Nee. Da drüben ist etwas, was könnte es sein. Geht ihr Fires-Blaze? Use it well. Geht ihr Fires-Blazeuer? Wow, ein Binotaurus. Geht ihr Fires-Blazeuer? 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 Ah, ich sollte glaube ich den Hügelbrecher einsetzen. Oh. Ah, ich sollte den Hügelbrecher einsetzen. Ja, ich sollte den Hügelbrecher einsetzen. Ah, 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 ich sollte den Hügelbrecher einsetzen. Okay, ich sollte den Hügelbrecher einsetzen. Ich sollte die Hügelbrecher einsetzen. Oh. He he. Nice. So. Da oben will ich nicht hin. So. Da sollten wir drüber laufen. Oh. Nice. Wo müssen wir denn noch? Oh. Okay. Das geht ja sogar noch. Oh. So. Okay, war das jetzt von der Quest? Okay. Ach, war nur Unterstützung für den, okay. 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 So, da ist Habe. Und mal gucken, wir sollen da ja den Echsenüberfall nochmal durchchecken. Aber den hatten wir ja eigentlich schon gemacht und die Quest heißt, dass wir zurückkehren sollen nach ein paar Tagen. Haben die jetzt noch einen Echsenangriff? Oh, in der Höhle. Dann gucken wir doch mal. Okay. Okay. Wo geht's denn hier rein? Oh, hier. Okay, da waren wir nicht drinnen. Höhle der Sturmwünde. Oh, hier. I don't want to fall here! You damned lizard! Is this for him to kill my last? I'm sorry! I grant you pouring flame. This calls for acuity. Come watch with me! But it feels wonderful structuring. I'm in your debt, sir. Thanks to your valor, I shall live to fight another day. Jo, gerne. Hab ich doch gerne gemacht. Is there any way to climb up there? I'm not sure what we'll find, but it... Okay, dann gucken wir doch mal. Allow me, Master. It is within my reach. I would gladly be evaded, arisen. Yeah. Ähm... Das frage ich mich halt auch andauernd. Alter, wir... Wir machen ja andauernd irgendwelche komischen Sachen. Gehen in irgendein Dorf rein, schlachten da alle Leute ab, nur weil... Weil... Wir meinen, es sind Banditen. Aber es wurde ja nie bestätigt, sondern... Die Leute greifen ja einfach nur... Ein Eindringling an. Und weil wir die Guten sind, äh... Ja. Genauso hier. Die Echsen leben ja hier. Warum greifen wir sie an und provozieren sie und rotten sie aus? gotta... ... Was ist das? Ich will dich in einem Elemental-Modell. Der beste Kampf ist nach. So. unser task ist komplett ja ja klar machen wir schlangen diadem ok so das sieht aus wie eine bruthöhle so federleichter pelter gott so oh my pack's grown rather heavy if you have anything edible i'll gladly lessen your burden so und jetzt geht's schön und hier die hier öffnen noch ein reisestein oh damit könnten wir jetzt easy going dann zurückkehren wo ist denn der typi haben wir den verloren den sollten wir natürlich mitnehmen oh ja den haben wir oben liegen lassen das ist oh oh ich sehe nichts mehr oh oh 22 nice ah er ist runter gesprungen ja ich bewege mich ja schon weg dann warten wir eben noch auf den ja wow der bruch ja lange auf wo 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 So, warten wir wieder auf den. Ich bin. Dass der echt so lange braucht, ist nervig. Super. Dann haben wir das geschafft. Und wenn wir jetzt hier... Einfach mal warten. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020